ja alles in dem Schneegebiet ja jetzt habe ich den Dschungel oder ja ich will nicht wenn ich nicht so ein zweites Haus man erst bleibt da wo es ist egal ich spiele Monster Hunter so jetzt könnte ich mich mal jetzt einfach Lass mich in Ruhe Spinner geh weg ja ich würde mal sagen gut dass ich mir wenigstens ein Eisenschreck gekräftet weg Kackviecher Kackviecher I wanna go home Oh nein Oh shit Scheiße Ich hab's doch lieber am Strand Scheiße Was? Wüste Ich bin auch noch nie in der Wüste Ich bin auch noch nie in der Wüste Ich bin auch noch nie in der Wüste Selbstverständlich ok wie finde ich jetzt nach Hause zurück Was für Schneegebiet ich muß mehr nach innen ich bin ganz nah dran Schlimm das ist sicher war ich es ist trotzdem zu können kurz es hier irgendwo sein es wird hier lasst mich in ruhe komm schon das Licht wieso ist hier nicht wieso brennt das oh mein Gott hätte eigentlich auch so lassen können boah ja ich glaube doch hat es ist das kann doch nicht machen n n n n n n n wasserschlag je das ist gut das Problem ist und weiß nicht wo ich bin ich weiß nicht wo ich hin muss das nur und das ist es ist müssen wir an einem Ort ja auch so ich musste schnell länger arbeiten ich bin passend zum Sonnenaufkommen zuhause wir schlagen ich meine wir werden ich da gespongen Nein, nein, nein. Das Holz brauche ich, ähm, das Holz eigentlich auch, das Holz auch, so, okay. Würde ich eigentlich sagen, drehen wir mal ein bisschen Erde ab, hier, rechne, das hat ja mal eine Playlist laufen lassen. Ich hab keine Ahnung, ob es so laut ist oder nicht, aber ist eh nur so, äh, Erdefarm. Lala... Ta-ta-ta-ta... Äh, äh. Äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. so das war es auch schon wieder dann würde ich jetzt also erstmal reicht das so um machen dann würde ich hier natürlich wie das haus noch ausgebaut also es ist jetzt erst mal so da oder wo sind skype anrufen Moment okay dann würde ich jetzt mal aufhören so eben auch hier fisch machen weil ich dann jetzt auch mit dem weiter zocken muss ich glaube es reicht jetzt auch erstmal so um so das wird nicht zu viel gesagt habe ich war irgendwie ein bisschen müde schon ganz so naja dann bis zum nächsten Part ich zeige euch mal wie es werden soll der Rand so kann ich schon mal die Kontakte schreiben und das sieht doch weiß aus doch ich finde das gut naja so bis jetzt mal tschüß